hallo herzlich willkommen zu der runde orcs must fly auf die korridore heute mal als kürbiskopf irgendwie hatte ich die folge schon aufgenommen aber mein nvidia gesagt neben ein freund du machst das noch mal denn du warst grottig also muss ich noch mal komplett neu spielen für euch es gibt drei eingänge einer vor uns einer hinten links einen rechts es kommt diesmal kaum keine bomber sozusagen die alles weg zu ballern und töten also diese selbstmordattentäter sie brechen durch die orcse ihr seid mehr geld wert ab jetzt nur ein guter ein toter orc ist ein guter orc da hat er zu tun im namen gottes die heidischen orc 12 12 ja läuft ne ich nenne dir eine richtung in den arschmann ich dekoriere ein wenig um ja wir dekorieren um wir brauchen noch mehr grüne farbe für die wände und noch ein paar köpfe so ein keller menschen böse menschen alles töten schafft ihr nur nicht er ist zu jung um zu sterben das soll ich ihm sagen hallo was hier oben los blickt an feuert jetzt hier keine pfanne mehr ne also fahrt jetzt alles raus was ihr habt den erdpürst den war ich euch platz so den macht ihr jetzt los anlegen feuern ja wir können ein bisschen mehr damage outlosten für die klen reicht es ja es hat hack boom gemacht ich kann zaubern ich kann die luft zum stinken bringen es hat boom gemacht ja es werden köpfe rollen nur nicht unsere jungs bei den bogenschützen gibt es auch leider wie ich feststellen musste als Nvidia nicht oft genommen hat gibt es ein Maximum ich war entsetzt ich wollte hier alles mit bogenschützen volkleistern kann er überhaupt nicht machen kann er überhaupt nicht machen kann er überhaupt nicht machen ja ihr sollt brennen aber jetzt gibt es hier nichts mehr wird keine falle jetzt gebaut die runde denn ich brauche für die ausgänge hinten auf jeden fall noch mehr geld und da habe ich den pfuffi auch schon ja genau sie geht hoch wenn ich da bin die bombe richtig nice lasst mich durch ich bin arzt hier mein kürbiskopf hier leuchtet die kommen jetzt von hier wir machen am besten diese brandpallen denn die sind universell einsatzbar sie verbrennen einfach alles falsche seite läuft bei mir das war ein richter geiler fail jetzt naja ich mach es mir jetzt mal ein bisschen schwerer ne ja puh hab ich schon sieben Euro zusammen nö ja bin ich auf jeden Fall drüben schon mal safe ne ich muss jetzt gleich so einen ganz fetten Erdkuss hier besiegen das heißt ich muss Mana sparen das hätte ich mir leichter machen können aber warum leicht wenn zu schwer geht ja ich muss jetzt mal ein bisschen mehr passieren weil die sind so viele fallen die nahkampfs netz und drüben machen wir jetzt zu denn bombe kommen ja eh nicht machen wir zu die stimme hoch ich sollte eigentlich mal schön tief sprechen ganz tief ganz so ich stirb jetzt danke ist schon bett er post nur auf kriegsflos niveau ist er noch zu billig altraum kann ich noch nicht spielen muss die erste und drei spielen wir sollten rennen wird mehr brennen jetzt schon komplett zu ne aber jetzt nein es war zu russisch so ist besser oh mein gott von zwei seiten mein gott wo soll ich zuerst was eigentlich weiß es nicht bin verwirrt wir können hier einmal weg bämm bitch in der face auf auf ja ganz für mich ach so ne ich hab in der letzten runde die ich eigentlich aufgenommen hab wo er mit ihr sagt ne wollte ich nicht äh die fallen verbessert die können jetzt fünf typen abfackeln nur zu impuls durch 100 ey die gehen aber lang die sind ein bisschen gepusht worden was habe ich noch gepusht ja genau mein coin der hat jetzt ich krieg noch mehr coins weil mehr geld ist immer besser mehr ist halt mehr ne muss ich jetzt mal durch die hand töten das mag ich gar nicht 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 ja einer ist durch nur zwei sogar das gibt es ja nicht vorhin hat so gut geklappt und jetzt klappt es nicht mehr toll alles nur weil wir die ja nicht aufgenommen haben ähh vorhin hatte ich fünf Schädel kann ich euch nachher auch zeigen weil das geht ja gar nicht hier er hat mich da lachen boden hat mich getroffen oder was ich glaube es hackt brennen sollt ihr brennen ja zum akku rob da kommt durch na klar warum ich mehr bogenschutz nicht so holt alles vom hümmel und hierbei noch die orks töten bitte danke Münzen immer diese dicke fette erdpirst aber meine bogenschützen machen ja wo ist denn der hallo wo ist der jetzt hin ist der weggepackt oder ist der einfach nur weggelaufen oh ich muss da hinten zu viel gequatscht zu viel gequatscht wir müssen hinten weiter fighten ein ohrgrillfest ähh hatte ich hier keiner dann ist natürlich klar dass wir alle durchkommen ne hier durfte keiner durchkommen da ist bestimmt einer durchgekommen wegen der granate vorn ich weiß es bestimmt wenn jemand das video guckt schreibt es mal runter ob der einer durch die granate gehört rüber ach man rob was ist los mit dir wo ist die Münze gibt es keine mehr jetzt ich habe noch bekommen ja flammen sind echt geil das singt er eine runde ein wunderschönes lied erstes lied zweites lied mir nach feuerlos schießt da orcs wir schießen jetzt na kommt jemand an nö genau hättest du mal an der orcs schule besser aufgepasst denn wärst du jetzt orcs schamane und würdest du noch zu hause sein aber so bist du einfacher orc pläts hallo das jetzt noch hallo so töne den troll troll ist tot jetzt geht es gleich hinten weiter ich weiß es ganz genau denn ich habe die map leider schon gespielt und die habe ich komplett geschafft ich zeige es euch noch gar ich beweise es euch der kriegsmarkt ja kriegsmarkt hackt was aus wie alle orcs umbringen kann was ja ich mache ach sind da wieder viele gestorben hier gibt es Geld unendlich muss nichts machen nur einsammeln das geht so viel cash da kann ich ja gleich dritte noch eine brandfalle setzen ein kleines geschenk für dich zack 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 oh die haben nicht viel abbekommen oh oh naja ok jetzt ist es mittlerweile ne zu viel feuer hier noch ein bisschen hier noch ein bisschen ja feini feini mit viel feuer ganz scharf wie ist es bei euch aus jungs braucht ihr unterstützung und kann mich kurz noch wieder hinlegen au damn bam ja aber sterben tun sie nicht durch die granaten au jetzt tot oh ich kann wieder dann machen wir das noch auf und genau kämpft mir egal und wie kann kämpft so wir müssen wieder hinter denn es geht hinten weiter man merkt das spiel hat sehr viel abwechslung oh falsch platziert das sieht ja wieder russisch aus man hallo wo ist aber ein schönhemd den wir nicht haben er muss gleich kotzen ja los du auch noch ein bisschen troll können wir dieses ganze geld noch einsammeln das ist aber 2 So Wo brauche ich jetzt noch fallen? Oder kommen die hier lang? Irgendwie kriegen die kein Damage Wir machen mal hier, ist enger Haben wir hier schön 4 Stück Machen wir 6 draus Den Weg Machen wir auch ordentlich, weil Ordnung muss sein Und dann von vorne noch ein paar Ich habe schon gedacht Der kommt durch Da wäre ich aber echt enttäuscht gewesen Ja, sterben einfach nur alle Diese Bogenschütze sind echt Gold wert Wenn die jetzt noch Armbrust hätten Double Damage Ich kann ja auch noch ein bisschen mitballern So leicht ist Unterstützung Der hätte ja fast hier meine Bogenschütze bekommen Aber sie haben sich wieder regeneriert Denn die sind sehr schnell Ne, falsch Das wäre klasse Die sind übrigens hier oben Bisschen verpackt Abo nur bisschen Ja, der dürfte es auch nicht mehr schaffen Der kommt hier nicht mehr lang Ne, kann ich mir nicht vorstellen Absolut nicht Wir testen das aus Ja, brennen Ja, ja Ja, brennen Ne, kommt nicht mehr lang Hier ist euer Endgegner Stell ich euch ja hin Direkt zu dir Der FDR kommt ja schon fast down an Nächste Bälle in genau 9, 7, 6, 5, 4 Sekunden Ihr habt nur zwei Endgegner Was ihr wollt Und hier brauchen wir noch ein paar Endgegner hin Kein Cash mehr Hier müssten wir Geld bringen Kleine Rockse So, auch da läuft noch Warte mal geguckt Ja, ist noch da der rechte Button Keine Ahnung warum die Form wieder ausgegangen ist Zack Häti So Wow, hier oben Flieger Und Bräuel Ja, das war schon mit dem Bräuel Oh, Flieger Ihr macht das schon, Jungs Bei dem brauch ich gar nicht mehr hingucken Und hier glaube ich auch nie mehr Oh, heute gibt's Gegrillten Ork Die kommen auch nie mehr so weit Die fackeln einfach nur ab Bei dem Fall Die muss ich nur töten Weil die können ja drüberspringen Aber wir haben ja noch genug Flames Und da mach ich mir eigentlich keinen Kopf dahin Muss ich mir noch den Kopf machen? Ne, muss ich nicht, ne? Ne, gar nicht Leider, leider gar nicht Und den kann ich ja hier schon fast noch töten Tue ich auch Damn Das heißt Mehr fallen Aber soll's Hier Zack, 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 zack Die letzte Welle Das heißt Ich baue jetzt alles noch An Burgschützen Was geht Lass mich durch Ich bin Arzt Holt sich vom Hüllen Ich will Drogschützen dauern Sehr gut Schieß jetzt Schieß mehr Schieß schneller Warte mal Drogschützen Ich lasse mich jetzt hier allein, gell? Ist das okay? Oder nicht? Sag's mir Merkir, den Eintroll, den Merkir Fält sich auch nochmal ein bisschen Aber jetzt Schafft es doch, oder? Wie sieht's hier aus? Ja Das ist Gutgängig Gutgängig Oh, oh, oh Hier sind so viele Münzen Ich muss alles nur einsammeln Na dann kommt man Wir gucken uns das mal einfach nur an Und freuen uns Und zur Not könnten wir ja Aber nur zur Not Erdfürst? Hallo? Stürb jetzt Jetzt Da kommt der nächste Erdfürst Oder kam Und dann wird es ein bisschen mehr geht, ne? Wir sehen uns an der Adcard Ihr wisst ja schon Bescheid Was jetzt gleich passiert Aber ich zeige euch noch Dass ich das Leben schon gespielt habe Jetzt kriege ich nicht alle vier Schädel Alle fünf Aber Im Kampagnenmenü Und sie durch Ich habe nur zwei Schädel bekommen Weil ich schon gespielt habe Hatte ich alle, ne? Danke nochmal an den Video Grüße gehen raus Bis dahin Tschüss